Herzlich Willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um das Bestway HydroForce Sub. Das aufblasbare Stand Up Board HydroForce Oceane von Bestway überzeugt durch seine extrem solide und äußerst praktische Ausführung. Dafür wurde das Board aus dem strapazierfähigen Stitch Material gefertigt und bietet somit extreme Festigkeit und ist dennoch sehr leicht. Es eignet sich daher für eine Person und ein maximales Gewicht von 130 kg. Darüber hinaus ist das Sub Board mit seinem geringen Eigengewicht und den Tragegriffen einfach zu bewegen. Dank der drei eingearbeiteten Finnen verfügt das Brett über eine hohe Manövrierbarkeit und eignet sich ideal für eine Verwendung auf flachen Gewässern und ein leichtes Wellenreiten. Für perfekten Komfort ist das Sub mit einem abnehmbaren Sitz mit Rückenlehne und einer abnehmbaren Fußstütze ausgestattet. Der Anti-Rutsch-Belag sorgt zudem für einen sicheren Stand auf dem Board. Unter der integrierten, elastischen Schnur können für längere Ausflüge diverse Gegenstände sicher und fest gelagert werden. Das Stand Up Board wird außerdem mit einem 217 cm langen, dreiteiligen Aluminium-Puddel mit T-Griff geliefert. Es kann auch als Doppelpaddel verwendet werden und verwandelt das Paddelboard so in ein praktisches Kajak. Im Lieferumfang sind zusätzlich eine Handpumpe, eine Transporttasche, eine Coil-Leash und ein Reparaturset enthalten. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.